Die ist rausgesprungen jetzt, ne? Hartriebswelle kaputt. Tja, so endet man als CTO als Lampenalter. Ich bin schon eine helle Leuchte. Es ist schon recht frisch heute Morgen. 10 Grad. Wir haben jetzt gerade viertel vor sechs. Heute und morgen wird das Product Commercial von einem Crawler gedreht. Also heute und morgen kommt es drauf an. Es ist der erste Tag, wo wir komplett professionell hier shooten bzw. den Sonnenaufgang nutzen wollen. Da ist jeder sehr angespannt, weil natürlich der Zeitplan eingehalten werden muss. Deswegen müssen wir da auch wirklich auf jede Minute, auf jede Sekunde achten. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir im Dunkeln gleich in die Wüste rausfahren, um am richtigen Punkt zu sein, wenn die Sonne aufgeht. Also es ist auf jeden Fall auch nochmal das komplett Neue. Wir sind gut vorbereitet. Das Kamerateam kommt jetzt auch gleich. Heute wird quasi alles vom Boden aus gefilmt mit einem Kamerafahrzeug und Handheld. Also Erwartungen sind hoch, aber die Erwartungen wurden vorher auch schon sehr hoch gesteckt und vorher wurde auch schon alles mit dem Filmteam abgesprochen. Also ich bin sehr zuversichtlich. Es sind alles Profis. Wird schon klappen. Das Ergebnis werden wir natürlich erst in ein paar Wochen sehen, wenn alles aufbereitet ist. Schauen wir mal. Hallo Leute. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gute Toi. 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 So we'll sort it out with the driver in a minute, I'm sure. Okay, okay. Alan, ich will jetzt ein kurzer Check mit dir. Du musst das in deinem Ere jetzt. Check, check, check. Okay. This is my power gun for today. We're shooting at 4K today at 100 frames. It's going to be a nice, sexy look in the end. It's rigged onto a Razer, especially for dune bashing and off-roading. And the nice thing about the Spacecam Maximus is it does a 360. So you've got a lot of variable to work with. So we know the area, we know the dunes, we know what corners to take, where to take them. So we're pretty familiar with this area in Russell Kaemer. Lance, jetzt wird's ernst. Bisschen nervös oder wie ist gerade so die Stimmung bei dir? Ja, nicht nervös. Du musst halt jetzt einfach kommt in so einen Modus rein, wo du dich konzentrieren musst, weil natürlich ja alle eng getaktet sind und dann möchtest du einfach nicht derjenige sein, der irgendwie den Takt unterbricht. Das heißt, du musst ja jetzt neben dem eigentlichen Fahren, wo du dich drauf konzentrierst, auch wirklich gucken, dass du dich wie ein Fahrrad halt eben in diese Maschinerie einfliegst. Dass das genau passt, dass du genau das lieferst, was du gerade brauchen. Dann ist so eine nötige Anspannung da, aber ich glaube, die brauchst du auch, damit du wirklich den Fokus hast. Wir befinden uns jetzt hier an der ersten Location. Im Hintergrund seht ihr schon, wie die erste Szene produziert wird. Wir haben kurz nach halb acht Sonnenaufgangsszene. Also ziemlich geile Location, ziemlich schöner Sonnenaufgang. Ich glaube, das wird in der ersten Szene schon ein richtig schöner Shot. Morgen zu Dixie, die Straße ist klar. Also das wichtigste ist, dass wir jetzt weitergehen können. Weil, realistisch, wir könnten immer noch zwei und eine halbe, drei Stunden, vielleicht in der Nacht. Ja. Das ist viel Zeit. Ja, ja. Es muss funktionieren. Das ist unser Ziel. Auf alle unsere Produkte, die wir tun haben. Es muss funktionieren. Und vielleicht ist es eine materielle Fehler. Wir wissen es noch nicht. Aber wir finden, und wir lösen das Problem. Trejochen für school kicking. Alle existed Twitter. Wir möchten sagen, bis zum Jüngeren aufpassen. Du hast wo Dixie vor. Cyber mit uns dann aufmachen. Wir haben so ein bisschen Zeit rausgeholt, halb drei, ich habe vorhin gesprochen, dass um drei Uhr geht das Ganze hier weiter, aber wenn du da hinten mal guckst, da kommt das Auto schon wieder, dann laden wir das schnell ab, aber wir laden es dann schnell ab und dann geht es hier auch direkt weiter, die Jungs bereiten hier schon mal den Razor wieder vor. Versuchen wir noch die vier Stunden, die wir jetzt einfach schönes Licht haben, so schnell wie möglich rauszuholen. Also ich sag mal, unsere Jungs haben uns glaube ich, das darf man ja so im Video nicht sagen, weil die haben uns ja gerettet. Ja, also ganz einfach schön, dass wir den Dirk, den Mirko und die Kollegen dabei haben, die wirklich so eine tolle Arbeit leisten hier und da sind wir glaube ich, oder da können wir alle glücklich sein, dass wir so ein gutes Team haben, die einfach mitziehen, die Jungs von Brabus Middle East, die dann auch mal eben noch Ersatzteile besorgen, so dass wir das Auto schnell hinbekommen haben in dieser kurzen Zeit. Top und jetzt können wir weiter drehen, weil ohne Commercial gehen wir hier nicht nach Hause. Also, sind wir bereit für round 2? Always bereit! Go on, ready! Just at the start here with the side crest, so we're going to go there, have a play there, get some shots. But without drifting? Without reason. It would be nice if the first thing we do now, it would be a little bit smoother or just pass or whatever, you know? You know that first track we did? Yeah, yeah. We'll do that track. Whatever you want. Just to give the drive shift some time. Yeah, yeah, absolutely. Okay, let's do that track. Alright. And we can do the track a couple of times until you're comfortable and then we can do some drifting. Alright. Very cool. Where was Frank Bakker? We are not having luck today, guys. We are not having luck today. But what's the matter? What's happened? A snap belt. A bit of issues, but it just adds a little bit to the adventure, you know? And I think in the end, we ended up getting so much good stuff, so it's just a part of the story. The positive thing is that we have made really good pictures. Because the car really worked really well. Cool. Are you happy? Yeah, so it's fun. Really. And it's also worth it for the whole team now, right? Because we really had to look a little bit. And we have now a half hour, a half hour shot, really a lot removed. And it's also a great scene. And not just a moment, but a really nice break. So with 170 feet. I hope it's just 5% as it looks like it feels like it feels like it. And then it's pretty good. Thank you so much for fixing everything. Thank you so much for fixing everything. Everyone who knows the motorsports, knows that the cars come in the morning, and that they will get a service in the evening. And that's what we're doing right now. And then we're going to exchange and try a couple of other parts, so that we can buy the customer a cool car. I don't know how it's going for you. I don't know how it's going for you. Although there were a lot of small things today, that were really problematic. But I think we all have it all very well. And I think everyone of you earned a compliment. That's the biggest thing we earned from tomorrow. Yeah. That's a great team with so much fun and everything around and around. It's just fun with you. Compliments to all of you. To all of you. To all of you. No one has bad luck. They're going to take it immediately. And all of you here. So we're going to the whole team. All of you have a great applause here. For us all, yeah. Also from my side, thank you. I think we've already done something together. We've already done something together. You always notice when it's difficult. And that's not so easy today. But we've kept it going. Torben could still produce something. He had to deal with his film team. He had to deal with his film team. And that's he did too. And he came with it too well. So you have to say. We've experienced a lot today. We've also experienced a lot. We've really experienced a lot. And now I would say, we're going to the hotel. It's a little bit. Feierabend beer. Feierabend beer. We'll do it. 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 We'll do it again. And we'll do it again. I'm happy today. We've managed to do it. And everyone is for themselves. We want to do it again. Morgen um 5 Uhr wieder, vorm Hotel. Gute Nacht. Wir starten jetzt um 6.45 Uhr. Der Lens macht sich gerade fertig, dann werden wir ab zur ersten Location fahren. Die FPV-Drohne wird jetzt gleich mitgenommen, wird dann gestartet. Dann werden wir erstmal die ersten 3-4 Stunden wirklich nur FPV-Aufnahmen machen. Drive-Bus, Drive-Through, also die ganzen Aufnahmen die wir brauchen, werden wir anfertigen. Wir sind jetzt hier an der zweiten Location für den heutigen Tag. Die Drohne wird gerade ready gemacht, geht dann wieder in die Luft, hinter mir der Crawler, alles ist happy, das Auto läuft, aber wir können weiter. Geil. Also wir produzieren hier so schönes Material, so schöne Szenen, in so schönen Tag. Video. In einer wirklich geilen Kulisse. Ihr habt das jetzt schon öfter gesehen. Also. Sprachlos. Cable Salad. Cable Salad, that's nice. I like it, there we go. These have just been in the back of the car getting slammed around for months. So today, we're just coming on to get sound effects of this wonderful machine. And right now I'm prepping two omnidirectional microphones that we're going to have attached to the body. And when we get driving around, try and get as many sounds as possible. I've also got a nice stereo microphone in here. A mid-side setup that we're going to use for capturing some lovely, hopefully extremely good sounds from outside while we're driving around. I haven't seen the car yet. I haven't heard it yet. So I'm looking forward to seeing what happens. Should be a fun day. So far so good. It's great. Trouble with doing effects like this on the outside is I can't keep up with the car. So there's only so much I can do when it's close, when it goes in the distance. We need a different perspective of the car, but it's now we're going to rig it so I can get those engine sounds and things like that we can use for basically. I'm trying to think of what we're going to be doing now. It should be good. So far it's really good, man. I'm super happy with it. But there's only so much you can do when you're trying to record a super fast vehicle. I can't keep up with it. So for drive-bys and things like that, it's great. Yeah, it should be fun. Let's just hope we can keep the wind off the mics. So my job today is to film this Brabus car. It's a super cool car and I'm the FPV pilot. Okay. So we're going to do some cool drone shots. Films in 6K. It's very good. So yeah. We'll get some amazing shots. Let's go. 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 Because of the dunes, we have like 5-6 minutes less than what the normal time is. Alright. But it's just one quick shot. But you see already now, it's touching the horizon. So, buddy. Let's go. Now it's really so fun. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We can see. Let's go. Let's go. Die Sonne geht sehr schnell. Man kann es fast sehen, dass es den Horizont anfängt. Wir sind für heute fertig. Philna 6. Es geht jetzt ab ins Basecamp zurück. Der Lancer hat richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Die Kameracrew hat richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Ich bin echt happy. Wir bereiten das Auto jetzt wieder für morgen früh vor. Und dann schauen wir weiter. Alter Verwalter, was zum Teufel ist das denn? Was hast du denn da mit dabei? Ja. Monster. Crazy. Okay. Kann ich kurz? Ja. Amazing. F***. Okay. Just cut it out. cool 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 yeah